Hi, ich bin Kenny, euer MC. Ich mach euch fit für den Tough Mudder. Wir haben jetzt für euch die tougheste Übung überhaupt. Und zwar kommt ihr dazu in den Vierfüßlerstand, das heißt die Hände sind unter der Schulter, die Knie sind unter der Hüfte. Krabbelt pro Arm zweimal nach vorne. Macht dann bitte einen Burpee, das hier ist, die zieht die Knie anspringt nach oben, kommt runter. Einmal um die eine Körperachse nach rechts drehen, krabbelt wieder zurück. Hier unten wieder ankommen, ein Burpee und das Ganze dann nach links über die eine Körperachse. Wunderbar, dabei bleibt optimalerweise die Hüfte vorne, ihr krabbelt wieder vor, genau, ein Burpee, runter, nach rechts rauskrabbeln, Hüfte schön hoch, großartig und wieder zurück. Wenn ihr es richtig hart haben wollt, macht das Ganze natürlich noch schneller und wer mag, rollt sich natürlich gerne über den Boden ab. Wir sehen uns beim Tough Mudder.